Karl Michael Vogler war ein deutscher Schauspieler. Leben Vogler, Sohn eines Schmiedes, wuchs in Bregenz auf. Nach dem Abitur ging er ans Theater und gab sein Debüt 1950 in Innsbruck. In der Spielzeit 1951-1952 war er in Innsbruck an der dortigen EXL-Bühne engagiert. Es folgte eine erfolgreiche Bühnenkarriere. Weitere Theater-Engagements hatte er am Theater im Domhof in Osnabrück und an den städtischen Bühnen Freiburg. Zu seinen Freiburger Bühnenrollen gehörten Franz von Seckingen in Götz von Berlichingen, Angelo in Mars für Mars, Turnel in der Komödie Flo im Ohr von Georges Feideau. Alle 1954-1955 folgten L.T. Käfer in Meuterei auf der Kane Simpkios in der Salonkomödie Der Privatsekretär von T. S. Eliot und Dr. Schenk in der Komödie Phipps mit der Angel von Dieter Ruckohl. Von 1958 bis 1964 gehörte er dem Ensemble der Münchner Kammerspiele an. Bereits Ende der 1950er Jahre hatte er seine ersten Auftritte in Film und Fernsehen. 1961 war er der Horatio in Franz Peter Wirtz Fernsehfassung des Hamle. 1962 spielte er die Hauptrolle in Wirtz Kinofilm Bekenntnisse eines möblierten Herrn nach einem Drehbuch von Oliver Hassenkamp. Und er hielt dafür den Preis der deutschen Filmkritik. Ein großer Erfolg war für ihn 1968 die Hauptrolle in dem siebenteiligen Fernsehfilm Der Mann, der keinen Mord beging von Regisseur Hans Quest, der im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde. Bis in die 1970er Jahre wurde Vogler immer wieder auch in internationalen Kinoproduktionen besetzt. So war er 1965 in Ken Anarkins Komödie Die Tolkienen Männer in ihren fliegenden Kisten der Partner von Gerd Fröbe. In John Guillermans Der blaue Max spielte er 1966 mit George Peppert, James Mason und Ursula Andres. 1967 in Richard Lester's Satire Wie ich den Krieg gewann mit John Lennon und 1969 in Michael Ritchies Skifahrer-Filmschussfahrt mit Robert Redford und Gene Heckman. 1970 verkörperte Vogler in Franklin J. Schaffners Oscar gekröntem Film Petten Rebell in Uniform dessen deutschen Gegenspieler Erwin Rommel. In der Folgezeit wurde Karl Michael Vogler mit insgesamt fast 300 Rollen einer der meistbeschäftigten Darsteller des deutschen Fernsehens. 1972 übernahm er die Hauptrolle in der Science-Fiction-Serie Alpha Alpha. Die Produktion erinnerte in ihrer Thematik an den viel späteren US-Serien-Hit Akte X, war jedoch ihrer Zeit voraus und wurde nach der ersten Staffel eingestellt. Ungleich erfolgreicher war Vogler 1973 bis 1975 mit der Titelrolle in der aufwendig produzierten Serie Carabin im See-Eventi nach den ersten sechs Orient-Romanen von Karl May. Dazu kamen eine Vielzahl von Auftritten in Fernsehproduktionen wie das Traumschiff Tator Derrick, ein Fall für TKKG, der Kommissar und Kurklinik Rosenau. Karl Michael Vogler war außerdem als Rezitator und Hörspielsprecher tätig. Ab 2005 ging Vogler mit den Engelbad Wurbez Hot Jazz 3 und dem Programm Mark Dwayne in Concert of Tour, einer Synthese aus Literatur und Jazzprogramm von Jelly Roll Morton bis Duke Ellington. Karl Michael Vogler war mit seiner Frau Maria seit 1952 verheiratet und hatte mit ihr drei Kinder. Er starb am 9. Juni 2009 im Alter von 80 Jahren in seinem Haus in Seehausen am Staffelsee. Filmografie 1959 Ein Mann geht durch die Wand 1961 Wallenstein TV Zweiteiler 1962 Bekenntnisse eines möblierten Herrn 1963 Zwei Whisky und ein Sofa 1963 Ein Mann im schönsten Alter 1964 Erzähl mir nichts 1965 Die Tolkienen Männer in ihren fliegenden Kisten 1966 Die Geschichte des Rittmeisters Schach von Wotnow 1966 Der Fall Rougier 1966 Der blaue Max 1967 Wie ich den Krieg gewann 1967 Verräter 1967 Feldwebel Schmidt 1967 Paarungen 1968 Der Mann, der keinen Mord beging, Fernsehmehrteiler 1968 Heimlichkeiten 1969 Christoph Kolumbus oder die Entdeckung Amerikas 1969 Frau Wirtin hat auch eine Nichte 1969 Die Reise nach Tilsit 1969 Schussfahrt 1969 Schalys Onkel 1969 Reise nach Tilsit 1970 Petten Rebell in Uniform 1971 Die Bind 1971 Der Kommissar 1972 1972 Alpha Alpha 1973 75 Still Karabennense Effendi 1974 Tattort Kneipenbekanntschaft 1975 Abschied in der Nacht Das alte Gewehr 1976 Wir pfeifen auf den Gurkenkönig 1976 Brüllt den Teufel an 1976 Zerschossene Träume 1976 Derrick 1977 Generale Anatomie der Mahneschlacht 1978 Wallenstein TV Vierteiler 1978 Ein Mann will nach oben 1981 Die Rosen von der Blinn 1986 Mord am Pool 1987 Tattort Gegenspieler 1990 Mondjäger 1990 Hotel Paradies 1992 Fünfzimmer Küche Bad 1993 Donau Prinzessin 1994 Elb Florenz 1994 Tattort Ostwärts 1995 Das Schwein Eine deutsche Karriere 1996 1997 Kurklinik Rosenau 1998 zu 2001 Alle meine Töchter 1999 Die letzte Chance 1999 Rosamunde Pilcher Möwen im Wind 2000 Das gestohlene Leben 2000 Ein Scheusal zum Verlieben 2000 Weißblaue Geschichten Die Abrechnung 2001 Das Traumschiff Las Vegas 2003 Mit einem Rutsch ins Glück 2006 Forsthaus Falkenau Falsches Spiel 2013 Das kalte Herz Das kalte Herz Das kalte Herz Das kalte Herz Untertitelung des ZDF, 2020